Ja, liebe Leute, hallo, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dirt 4. Heute geht's weiter mit der Ready, also der Stropic Ready. Starten werden wir mit der Ready HC International. Und zwar mit dem ersten Teil, Power vor den 80ern. Das ist heute der Stand der Dinge. So, genau, wir haben fünf Strecken in Michigan, wir haben fünf Strecken in Pittsburgh, Australien. Ich versuche, vielleicht schaffen wir es komplett hinzukriegen. Wir fangen an mit einem Mini Cooper S. Ja, und gehen also rein. Ich weiß, wie gesagt, noch nicht, ob wir alle fünf Strecken heute gefahren bekommen. Nein, es ist wieder eine normale Rallye, also 4,29 Kilometer lang. Diesmal vorbei mit dem, was wir die letzten Tage so gemacht haben. Das heißt, es kann sogar sein, dass wir da einen Split Sands sind. Also, wie gesagt, wir haben ja vier Folgen vor dieser Woche, also wahrscheinlich kriegen wir es hin. Ich denke, dass ich halber-halber machen werde. Guck mal mal, wie's läuft. Also, wie gesagt, diese Woche keine Formel 1. Da geht es erst weiter ab dem 25., quasi in gut zwei Wochen? Zwei Wochen müsste das eigentlich mittlerweile sein, das ist übernächste Woche. Ja. Gut. Let's go. Wir tun unser Bestes. Wir hatten das, bevor wir starten. Schlechte Bedingungen für diese Nachtfahrt. Naja. Fünf, vier, drei, zwei, eins, los. Zwei Stunden bewegen, 250. Rechts, vier, lang, hinter, rechts, nicht steigen, 200. So, mal ein bisschen Klassiker-Rallye machen. Rechts, vier, lang, innerhalb, 100. Da bin ich ein bisschen konzentriert, aber das heißt, es ist wieder ein Pöttcher. Und rechts, sechs, und links, fünf, rechts, vier, lang, und rechts, sechs, runter, das Getriebe scheint Ärger zu machen. Links, sechs, und links, vier, lang, 80. Links, sechs, rechts, schneiden. Und links, vier, lang, 195. Rechts, vier, lang, macht Zug, in der Fall. Die Sekunden sind dann wieder der Vortrag. Rechts, rechts, schneiden. Rechts, fünf, rechts, halb, über Kuppe, 60. Scharm, links, 60. Kuppe, 80. Rechts, vier, lang. Und rechts, sechs, 250. Links, sechs, über Kuppe, senke, 60. Das sind wir zu drehen jetzt gerade, wie gehört. Rechts, vier, lang, nicht schneiden. Und rechts, sechs, nicht schneiden. 250, 200, überwächt, 60. Ich bin schon etwas größer. Rechts, fünf, nicht schneiden. Und rechts, vier, nicht schneiden. 150. Links, vier, lang, innen halten. Nicht schneiden, 100. Rechts, vier, lang. Und rechts, sechs, überwächtig. Viel haben wir nicht, was wir sagen. Rechts, sechs. Und links, fünf, 40, durchsenken. Rechts, sechs, über Kuppe, 150. Links, vier, lang, innen halten. Rechts, schneiden, 100. Kuppe, 60, überkreuzung. Vorsicht, Männer, 150. Bis Ziel. So, den ersten Abschnitt haben wir schon mal klar für uns entschieden. Okay, fahrt zur Fahrt schon. So. Ah, deutlich, deutlich Voraussprung auf jeden Fall. 16,5 Sekunden, das ist zumindest erst mal eine Ansage. Das ist sehr gut gelaufen. Tolle Wertungsprüfung. Gut gemacht. Okay, das sind alles so kurze Strecken. Das geht also. Das kriegen wir tatsächlich sogar alles in eine Folge. Da kriegen wir dann heute komplett in eine Folge. Wertung Nummer 2 steht heute an. Also zumindest hier aus Michigan, das ist der Teil. Dann machen wir morgen das mit Australien. Und dann sind wir da auch schon relativ gut durch. Also wir müssen da, wir haben ja nicht mehr so mega viel zu machen in, äh, in Dirt 4. Das geht ja demnächst weiter mit, danach mit Dirt 2.0. Also weiter geht die Reise mit dem zweiten Teil. 5, 4, 3, 2, 1, los. Rechts 6, Überflugger, 100. Rechts 4, da. Und rechts 6, 80. Links 6. Und rechts 4. In Bälle. Und links 6, 80. Rechts 7, Überflugger. 110, Überflugger, 12, 15. 200, Überflugger, 80. Links 4. Ja, geht es gerade mal um die Zeiten. Und rechts 6. Und links 5. Links 6. Und links 4. Dann 200. 200, Überflugger, 60. Und rechts 6. Kuppe, 60. Scharf rechts, 60. Nicht schneiden. Links halten, über Kuppe. Links 5, 60. Links 5. Jetzt haben wir da einen Vorsprung rausgeholt gerade. In rechts 4. Als gemeintes Kolonien. Und links 3. Nicht schneiden. Rechts 5. Und rechts 4. Posten, außen, 60. In links 6. Durchsenke, Spritzwasser. Rechts 5. Und links 6. 150. So, eine Telle-Dutze für das Auto. Links 4. Nach, innen halten. Nicht schneiden. Unter. Links 6. Und links 4. Nach, unter. Links 4. Und rechts 6. Und links 5. Rechts 4. Nach, nicht schneiden. Und rechts 6. Nicht schneiden. 250. 200, Überflugger, 60. Rechts 5. Und rechts 4. Unter. Links 4. Und rechts 6. Und links 5. 80. Bis Ziel. So, dann haben wir Abschnitt Nummer 2 auch geschafft. Tolles Ergebnis. Das war unschlagbar. So, weiter geht die Reise mit Abschnitt Nummer 3. Fred Forrest. Bis zum nächsten Mal. Also, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Auf데 name wieder. Bis zum nächsten Mal. hosted im Cookie Chelsea. so weiter geht's mit 4,36 kilometer lang Entschuldigung, das kann sein, dass ich auf das mal niese, meinen Heuschlupfen wieder mal so ja, mittlerweile sieht man auch gut aus, was die, äh, was die Aufgaben betrifft so, dann gehen wir weiter mit Renn Nummer 3 5, 4, 3, 2, 1, los rechts 6, Überbruchung, 80 rechts 5 und rechts 4, Posten, Außen, 130 rechts 4, Lachen, Macht zu, Hinten halten, nicht steigen und links 6, Hohen, 50 links 4, Lachen, Innen halten, nicht steigen, 250 rechts 4, Lachen, Innen halten, 200 rechts 3 rechts 5, links 6, rechts 5, links halten, Überbruchung, Kleitsprung, links 4, durchsenke, 60, nicht steigen rechts 5, 130, links 4, Dach, Innen halten, nicht steigen, 100, links 6 rechts 5, hinter, links 6, 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 rechts 5, 200 links 6, links 6, rechts 5, links 6, links 6, rechts 5, 200 links 6, links 6, rechts 5, 200 Rechts vier, lang, innen halt, sechzig. Rechts sechs, nicht schneiden. Und wellen, in links vier. Und rechts sechs. Und rechts sechs. Und links drei. Links sechs. Und rechts vier. Und rechts vier. In wellen. Und links sechs. Links fünf, sechzig. Rechts vier. Durchsenke, Pfosten, innen. Mittig halten, überpuppen. Links fünf, hundertfünfzig. Rechts sechs, überpuppen, achtzig. Rechts fünf. Und rechts vier, runter. Bis ziehen. Langsam zum Wagen. Oh, wir haben verloren im letzten Abschnitt sogar. Wir haben verloren im letzten Abschnitt sogar. Das ist sehr gut gelaufen. Aber der Vorsprung ist gut gemacht. Und die Ridicester. Und was Vielen Dank. So, Brunswick Forest. Diesmal mit dem längsten Teil. 5,78 Kilometer lang diese Strecke jetzt. Aber im Regen. Leichter Nieselregen. Naja, gucken wir mal. Bis jetzt sieht es auch gut aus. So, fangen wir an. Die Atmosphäre ist toll und alles läuft nach Plan. Sollte also ein gutes Rennen werden. 5,4,3,2,1, los. 110 über 100, 200. 200 über 100, 80. So, dann haben wir noch ein Detail hier auch gewinnen. Das sind immer 4. Nicht schneiden. Und links 4, lang, 80. Rechts 6. Und links 5, 40 durch Senke. Rechts 6, Übergruppe. Rechts 4, lang. Und rechts 6, 200. Rechts 4, lang, innerhalb, 150. links 4, lang, innerhalb, rechts schneiden, 250. links 6, Übergruppe, Senke, 100. 100, übernähten. Kommt da so lang, das vor. Aber das Auto kann ich schon damit. Rechts 5, links 5, in Aufverkehr, links, 100. Rechts 5, Übergruppe. 110 über 11, 100. Links 4, Übergruppe. In rechts 6. Und links 5, 200, 200, Übergruppe, 60. Rechts 5. Und rechts 4, 150. Rechts 3, lang, innerhalb, 150. Links 4. Und rechts 6. Und links 5, 150. Rechts 4, lang, innerhalb, nicht schneiden, 60. Rechts 6. Ehe, links 4, lang. Macht auf, innerhalb, 200. Links 4, lang, innerhalb, nicht schneiden, 150. Da war ich ein bisschen zu nah dran. Rechts 4, lang. Macht zu, innerhalb, nicht schneiden. Und links. Und links 6. Und rechts 6. Und rechts 6. Und links 3, 150. Rechts 3. Und links 3, 150. Und links 6, 80. Links 4. Und links 3, 150. Rechts 3. Und links 6, 80. So, dann haben wir das jetzt auch geschafft. Dann wenden wir vier auch durch. Alles sogar grün. Alles sogar grün. Gut gemacht. Alles sogar grün. Gut gemacht. Boot, Wind, Forest ist der nächste Teil. Ja, 4,28 Kilometer lang, 15 Meter hoch und leichter Schotter. Ja, Urteilspuffer 10. So, jetzt wollen wir noch. Das Ding auch noch geben. Mach dir keine Sorgen um die äußerlichen Beschädigungen. Aber gut, sei alles aggressiv vorne. 5,4,3,2,1, los. Links 6, überkoppeln, senken. Rechts 6. Und links 5, 40, durch senken, Spritzwasser. Rechts 6, überkoppeln, 150. Rechts 4, lang, innen reichen. Rechts, schneiden, 100. Das bedeutet auch der letzte Teil. Morgen machen wir mal mit dem Rest weiter. Und rechts 6. Und links 5, 200. 200, überwählen, 60. Rechts 4, lang. Und rechts 6, 100. Links 6. Und links 4, lang, 200. Und rechts 6, 200. Obene Kehre, rechts, Posten, außen, 60. Das war zu viel. Rechts 6, rechts schneiden. Das wird definitiv die Vielzeit gekostet haben. Und links 4. Und rechts 6, 200. Rechts 4, lang, innen reichen. 150. Links 4, lang, innen reichen, reichen, schneiden. Und rechts, grün. Okay. Wunder mich schwer, aber okay. Ich nehme dann so gerne mit. Und rechts 4, nicht schneiden, 2, lang. Rechts 6, überkoppeln, 2, lang. Wer mir allgemein nur einen Abschnitt verschickt. Links 4, lang, innen reichen, reichen, schneiden. Und rechts. In links 6, durchsenke, Spritzwasser. Rechts 5. Aber bitte duchen. Und links 6. Und rechts 6. Und links 3. Rechts 6, nicht schneiden. Und wel, in links 4. Und rechts 6, 200. Rechts 4, lang, innen reichen. 60. In links 6, durchsenke. Rechts 5. Und links 6, 80. Bis ziehen. Okay, fahr zum Marsch. Frag deutlich. Perfekt, super Ergebnis, gut gemacht. Wunderbar. Kann aber das auch geschafft. Und zwar durchgehend auf 1. Und dann gibt es die ersten dicken Punkte auf Unterkonto. Auf 25. Wir sollten einfach ein bisschen grün haben. Ja, 10.000, gehen wir mal hin. Wir haben eine 3.000, wir haben. Und damit ist der nächste Level ab. Da, 39. Und wir sind dominant. Gut, ohne 2. Und den zweiten Teil, den machen wir dann morgen. Genau. Bis dahin. Und tschüss. 25. Entschuldigung. Ach Tocher. Entschuldigung. Tschüss. Deine zu Hause. Sicherung. Es kann wiederum Netz. Hochlagen. Berm aprovechen. Vielen Dank.